Single Draft Hey Leute, Single Draft, oh sie haben es gefixt, wie schön Erbsfenster übrigens wieder mal auf, es ist wieder warm Oh wow Nein Brat Mother war ich so schlecht die ganze Zeit Wards muss ich aufstellen Oder ob ich Puck spielen soll Kann ich aber keine von denen Okay, ich spiele Puck 5 Sekunden, hurry, hurry Werden wir jetzt Mühe geben 6 Euro sollten wir noch zusammen bekommen 222, was ist denn Level Unglaublich, ich meine ich bin mit meinem 121 ja auch schon gut Wirklich gut, aber ich hab mir ja auch Ich glaub mal ehrlich sagen, 590 Ich hab doch 95 Level davon gekauft, ich glaub sogar mehr Jetzt hab ich noch krass, absolut keinen Plan Savelang müsste ich eigentlich Sonst, äh Upsa Macht das keinen Sinn Macht das keinen Sinn Ich versuche Ich gehe 1 Minute bis 30 Sekunden Gut Licht Es wird schwer Sehr schwer Sehr schwer Hat den die Aura Achso Ah, scheiße. Und an Tower-Stellen zählt auch schon. Also eine Aura gibt's schon mal. Okay. Okay, ich. Commendable Notion. How fitting. Absolutely. Commendable Notion. Exactly so. Was? Mit? Überhaupt nicht, ist hier mit. Oh, der Kutscher, ja? E. Just so. Was war das denn? Ach, das war das. Ach, das andere war Silence. Okay. Hm. Was ist denn? D war's, ne? Hm. Oh, ich hab F gedrückt. Okay. Okay. I'm out! They deserve no less. Behold! Hiya! We are in accord. Okay. With alacrity. I venture forth. Ja. My turn. Schade. Very well. I proceed. Ja, die Pool müsste stärker werden. Ich weiß. With alacrity. Puck out! Hm. Sehr witzig. Ah, das ist ein Problem, das eben. Hm. Und das bei mir? Hm. Okay. Soll auch mal vorkommen. So, zwei Auren. Stay and amuse me. Hm. Hm. So. Und das zählt. Ah, das zählt nicht als Aura. Das ist nur eine Anzeige zu dem Eidemal. Just so. Ich kann nichts machen. Also vielleicht. Und. Aha. Hat mich nicht erwischt. Ähm. Auf jeden Fall. Um das Mana zu angeln. Sehr gut. Soll ich, dass du auch eine Flasche hast. Gut. Mit alacrity. Ich bin doch geklärt, wer hier die Runden holt. Exaktlich so. Okay. Ich bin auch angepeilt. Ich venture forth. Moment. Wieso bin ich allein auf der Lane? Commendable Notion. Hm. Das war Silenzen. Very nice. Und Schaden. They shall regret this. Das war eigentlich meine Ulti. Jetzt hat Bänder. Ach so. Genau. Dieses Bound-Teil. Das ist natürlich eine Menge Mana. Wir sind in accord. Eine Menge Mana. Ich wollte schon sagen, so viel Schaden kann ich doch gar nicht angerichtet haben mit meinem kleinen Puck. So viel hat der gar nicht. und ich denke, so viel Schaden. Ich bin hierin. Okay. Indeed. Ah, hätte ich mir vielleicht auch eben sollen. Dieser Abstauber, ey. Und jetzt bin ich raus. Warum auch immer? Einer. Ich kann nicht, ich kann nicht. Ah shit. Okay. Feinkampfschaden. Ja stimmt, ansonsten hätte ich das ja gar nicht hier geschafft gegen die anderen. War ja was. Ja schon mal gut, wenn ich... Wenn ich ähm... meinen Schuh hätten... bekommen würde. Ja schon mal. Ja schon mal. Ah ne Moment. So. Ich hoffe die Runde ist noch da. Aus zwei Gründen erstmal. Gibt es dann Kohle für mich? Schau. Schau. Hier bin ich. Schau. Die Kugel ist schon stark. Wenn ich volles Mana hätte. Die Kugel ist schon stark. Wenn ich volles Mana hätte. Ich brauche halt eben ne Menge Magine. Voraus auch immer mich das schützt. Was bin ich eigentlich mit Mana? Ah jetzt hätte ich wieder mal ne andere Quest. Mist. Ja ich hätte ausweichen können. Ähm. Kann ich schon? Was? Double Slaughter? Ich habe beide erwischt. Die ist ja nice. Blink bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Obwohl, zum rausblinken, wenn ich in Gefahr bin, verschwinde ich meine Ulti für 3,25 Sekunden. Auf jeden Fall nicht schlecht. 280 Schaden gegen die Kerle. Eigentlich gar nicht so schlecht. Die Magie hat es fast aus den Socken gehoben. Hm. Rien. Ich muss aufpassen. Der E-Mail muss hier irgendwo sein. Das gibt ja nicht hier. Das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so wichtig. Ja, der E-Mail. Oh. Exaktlich so. Zack. Ich bin raus. Es ist kein großer Wichtiges. Es ist nicht so wichtig. Es ist nicht so wichtig. Hm. Ein Blutrausch. Aspac. Ja. Das ist schon witzig. Kaum glaubwürdig. Aber witzig. Ist schon. Hm. Ich bin raus. Ich bin raus. Okay. Möglicherweise ist nach meinem Teleport der Einsatz von Fähigkeiten eigentlich ganz recht ungefährig für mich. Was mein Mana-Vorrat angeht. Von daher. Hab ich alles wunderbar. Na. Silenz hält noch nicht so neulich langer. Hm. Hm. Also. Im Moment läuft das echt nice. Und das für ein... Äh. Ein Dings-Game. Ähm. Ein Low Priority. Schöne schlecht. Aber Drawing ja spielt natürlich ne große Rolle bei meinen Kills. Ansonsten. Hätte ich die gar nicht hinbekommen. Gar nicht sicher, ob wir angreifen sollen. Nein. Ah. Schade. Nicht meiner. Na. Wie gut. Hm. Lief doch schon mal ganz gut, ne? Leider kein Kill, aber alles gut. Shadow Demons aus, okay. We have electronic sports to continue playing. Just so. What's the next wave? Here I am! A metamorphosis? Indeed. Das Problem ist einfach, ich hab so wenig Mana. Ach, hey. Okay. Auch mal wieder da. Wunderbar. Ja. Ja, ich hab mir mal gedacht, man könnte... Ähm. Ich könnte ihn mal spielen. Aha. Und funktioniert. Wie geplant. Das ist krass. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den so spielen kann. Aber mit Draw geht's. Tatsächlich. Mit Draw Ranger ist wirklich einfacher. Ich mein, ich hab jetzt schon 50 dazu. 49. Ne, 49. Die werden Darts dazu. Wo bin ich dazu? Hör ich nicht. Keine Ahnung. Da. Da. Yes. Korea Kill. Korea Kill. Korea Kill. Korea Kill. Den kann ich noch machen. Oh, ich hätte ja noch meine... Tango. Hm. Mit Alacrity. Unverwundbar. Haben wir noch nicht den Tower geschafft? Bin ich mal gespannt. Verdammt. Nein. Zu spät. Ach, verdammt. Ah, auch keine Rune mehr. Okay. Ähm. Nein. Oh, wo sind meine ganzen... Wo sind die ganzen Runen hin? Verdammt. Okay. Okay. Nein, genau. Okay. Fail. Aber es wäre auf jeden Fall noch ein Assist. Was ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Oh. Ich hab wieder ein Catch-Up aktiviert. Alles klar. Alles klar. So. Oh. Oh, shit. Mist. Ja. Viel zu lahm. Die Idee kommt wirklich aber sehr früh. Sie haben drei Stunden vor dem gleichen Zeit. Tja. Verschiedene oder zählen auch doppelt? Doppelt ja irgendwie. Ohren wären ja schon nett, ne? I go at will. Exactly so. Hm. Your middle tower has been destroyed. Okay. Guck mal einer an. Siebener Mana Redempt. Könnte eigentlich noch mehr werden. Guck mal einer an. Ich bin erst jetzt Level 10. Hm. Hm. Okay. Der war nicht schlecht. Hm. Okay. Lass ich mir das noch kommen. Das ist doch schon mal ganz nice. Witzigerweise so ne. Nicht viel Mana verbraucht. Nicht viel Mana verbraucht. Das, äh. Erstaunt mich dann doch. Irgendwie. Okay. Vor allem die wenigen Gegenden. Also grundsätzlich. Hm. 140, 130. Hehe. Ein paar schöne Lars Hits noch gesammelt. Meine Bewegung. Scheiße. We are in accord. Hm. Ah, scheiße. Dang it. Scheiß. Abbringzeiten. Scheiß. Abbringzeiten. Unglaublich. Oh schon. Oh. Mann, Mann, Mann. Läuft gerade echt gut. Unerwartet gut. completely gone. Stimmt. Slap. Haha. Fins. Susteen. Tatsächlich hervielraut. Omni, jetzt mach hier nicht einen auf Hasenfuss. Du kannst dich immerhin heilen, ne? Das war zu spät. Scheiße, Mann. Wer ist das? Nein. So muss das laufen. So muss das laufen. Jetzt habe ich nur keinen Manner mehr, verdammt. Schlaf, ist der blöd? Damit kriegt er mich doch nicht. Ah, 6, 3, 10. Wow, ich bin mal wieder Zweiter, was die Angriffe angeht. Wenn jetzt hier noch eine schöne Rune da ist. Bingo! Na, dann hätte ich vielleicht ein bisschen abwarten sollen. Bisschen. Zumindest Bane, den kriege ich. Wenn er denn dann rauskommen würde. Okay, irgendwie hat er mich doch erwischt. Nope. Schade. So wenig Leben. 7, 4, 10. Kann ich mit Leben? Was? Winning Street. Von wegen meinen Namen ändern oder so? Generations. Nee. Nee, das ist erst. Tendenziell jetzt erst der zweite Sieg. Also. Von daher. Guck mal, da kommt der Kurier. Was? Was ist eigentlich? Was ist denn der dritte? Was ist besser? Dive, wieder zurück, wieder zurück. Resurrect. wait? Mannity, da ist es ja. Zaa. Binsch. Binsch. Binsch! Binsch? Binsch. 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 Alle. Binsch. 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 Oh, und wie wir die haben, hatten, gehabt hätten, wenn, schade, ich hätte mich geportet. So, was hat Drama da? Boah, ich mache aber auch eine Menge Damage. So, ein paar Last Hits kann ich doch mir auch mal holen, oder? Das Problem ist jetzt einfach nur, was ich jetzt... Hm, wir haben einen Range dabei. Das macht das Ganze sehr interessant. Oh, nein, warte. What? Wo sind die denn alle hin? Hm, so ein Mist. Ich hätte vielleicht mit der Ulti rauskommen sollen, dann wären die gestunt gewesen. Ulti, V... Ja, ich hatte... Ich hatte... Chaos Knight nicht gesehen gehabt. Das war ein sehr dummeres Metamorphos. Hm. Da habe ich tatsächlich etwas verpasst. Das ist jetzt Newcodes, wenn ich alles passend geregelt kriege. D, V, hm. Da war der Kurier. Ah, scheiße. Hm. Oh, hier war ich tatsächlich hier im Jungle. Naja, was solls. Puh, okay. Lacken wir sie mal raus. Lacken wir sie mal raus. Jaaaain. Was ist denn hier los? Dass er das noch nicht gesehen hat, dass ich ziemlich viel gelitten habe. Nein. Oh Gott. Oh. Oh, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das war ja mal geil. Puh, krass, hat nochmal. Das fände ich dann mal. Lol, kann ich die Flasche eigentlich abgeben? Wäre echt witzig. Was habe ich für einen Notfall, aber noch die Unsichtbarkeit, wo ich mich irgendwo reinschleichen kann? Meine Heilung ist auch nicht ganz schlecht. Das war krass. Phantom ist down, okay. Da habe ich ja mal einen schönen Assist gehabt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und das ist bitte noch einmal im Rank und dann... Läuft das doch. Oh. Ach, die Auron habe ich nicht geschafft. Okay, okay. Ich bin immer so bescheiden mit meinen Wetten. Drawer. Drawer ist gut. Jetzt müssen wir mal ein Diagramm gucken. Ja, aber permanent auf unserer Seite. Und meine Wenigkeit... 3.000 Gebäudeschaden. Fast am meisten. Hä? Wie ist das denn? Schaden 24.000. Gott, habe ich ausgeteilt. Habe aber nur 10 Kills gemacht. Boah, aber... Boah, aber... Also schlecht war ich jetzt nicht. Hm. Gut, an den 6 Toten könnte man ein bisschen arbeiten. Aber ansonsten... Alles sauber. Naja, gut. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Ciao. Ciao.